Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal hier bei Commaic. Heute möchte ich euch zeigen wie ihr schnell und unkompliziert und für wenig Geld eine Rasenroboter Garage bauen könnt. Wie ich dabei vorgehe, welches Material ich verwende, bleibt dran. Ich zeige es euch gleich. Ja ihr Lieben, ihr seht hier meinen Rasenroboter, meinen Gardena Sileno. Der Rasenroboter stand bis zum Herbst letzten Jahres noch in einer eigenen Garage. Leider wurde diese zerstört als ein großer Baum hier umstürzte. Da seht ihr noch die Reste. Auch die Gravionen sind beschädigt worden. Das muss auch noch repariert werden. Und nun im März 2020 beginnt die neue Saison und ich möchte den Rasenroboter wieder fit bekommen. Ich habe die zerstörten Kabel bereits repariert. Nun ist es aber an der Zeit, dass ich die Roboter Garage ebenfalls wieder repariere. Ich habe mir hierzu ein fertiges Set gekauft. Das werde ich jetzt zusammenbauen und nehme euch bei der Gelegenheit einfach mit. Ja ihr Lieben, in einer solchen Kiste wird das Ganze geliefert. Diese Roboter Garage. Die Größe könnt ihr hier denke ich ganz gut sehen. 78 cm x 84 cm. Im Grundmaß in der Höhe 60 cm. Die Einfahrt ist zumindest für den Gardena Sileno völlig ausreichend. Die neuen Rasenroboter sind ja sogar etwas kleiner, dass dann noch weniger Probleme bestehen dürften. Ich habe dieses Modell bereits in den letzten Jahren verwendet, bevor es dann eben durch diesen Umstürzen im Baum beschädigt worden ist. Aktuell jetzt per März 2020 für 42 Euro. Den passenden Link setze ich euch natürlich unten in die Beschreibung. Ich packe das Ganze jetzt einfach mal aus, um zu schauen, ob die Ware auch unbeschädigt angekommen ist und ihr seht bei diesem Modell ist gar nicht so viel Arbeit notwendig. Da ist das meiste schon vorbereitet worden. Wir haben hier die Seitenteile. Die sind in dem Zusammenhang getackert. Die sind aber auch schon vorgebohrt. Ein weiteres Seitenteil. Die Rückseite. Relativ simpel gemacht. Aber zwei, drei Jahre lang hatte ich dieses Modell bereits gehabt. Und wie gesagt, der Roboter war dadurch einwandfrei geschützt. Ein kleines Schild gibt es dazu über der Einfahrt. Das ist jetzt hier etwas angebrannt. Also vorsätzlich ein bisschen Optik rein zu bekommen. Das war im Vorgängermodell nicht so gewesen. Dann haben wir noch die Abdeckkante für das Dach. Und noch eine Strebe. Ein Schraubenset ist noch mit inklusive. Und eine bebilderte Anleitung. Keine Sprachen drauf. Aber ich kann euch versprechen, für diese Garage braucht es vom Prinzip her gar keine Anleitung. Das ist mehr oder weniger alles selbsterklärend. Wir schaffen jetzt einfach mal Platz und dann bauen wir das Ganze auf die Schnelle einfach mal zusammen. Ich habe die einzelnen Teile jetzt einfach mal aus der Box herausgenommen und schon mal so bereitgelegt, wie sie später installiert werden. Ihr seht, das Ganze ist doch sehr übersichtlich. So viel Zubehör gibt es hier gar nicht. Die beiden Seitenteile links und rechts. Bei dem Modell muss ich sagen, für den Preis von 42 Euro darf man nicht erwarten, dass hier tadelloses Premium Holz geliefert wird. Da sind eben Aststellen und ähnliches drunter. Aber grundsätzlich muss ich sagen, die Qualität ist wirklich sehr, sehr gut. Also das ist ja hier nur eine optische Geschichte. Ihr habt das Rückteil dort. Und beim Auflegen achtet bereits darauf, ihr habt hier bereits vorgebohrte Stellen, wie hier zu sehen, dort zu sehen. Das Ganze wird ja später dann hier aufgestellt und mit der Rückwand verschraubt. Ob das Ganze jetzt so rum steht oder so rum steht, spielt übrigens keine Rolle. Also dieses Teil ist absolut identisch mit dem anderen Seitenteil. Ihr müsst beim Zusammenbauen eben wie gesagt nur auf die vorgebohrten Löcher achten. Darüber hinaus für das Dach einmal für die Vorderseite und für die Rückseite die Giebelflächen. Hier solltet ihr halt vorneweg auch schon darauf achten, dass wenn die Qualität nicht euren Wünschen entspricht. Also hier ist dann doch mehr Farbe drunter. Hier ist es eher einfarbig. Das Ganze schon so vorzulegen, dass ich mir sage, das hier kommt dann auf die Rückseite. Das kommt auf die Vorderseite. Sieht ein bisschen schöner aus. Aber das ist dann auch Geschmackssache. Rein von der Funktion her macht das ja keinen Unterschied. Darüber hinaus habe ich jetzt hier noch die beiden Dachflächen ausgepackt. Diese sind mit Teerpappe, mit Sandpappe beschichtet, getackert. Das Ganze ist jetzt hier Pressholz, Pressplatte. Das Ganze, ja, es hält. Es ist dicht. Ihr seht aber auch hier diese Flächen, die werden später frei liegen. Ebenso wie die Abdeckleiste jetzt oben drauf, diese Dreikantleiste ebenfalls oben drauf. Und da hatte ich anfangs schon ein bisschen Bedenken gehabt, ob das Ganze der Witterung standhält, wenn dann die Garage ja auch im Winter über mehrere Jahre hier stehen soll. Und um da einfach eine Abhilfe zu schaffen, um hier dieses Holz zu schützen, das ist ja einfach nur Fichte oder irgendwelches Weichholz hier, kommt dann ein kleiner Trick zum Tragen und zwar solches Reparaturband, solches Teerband. Das kommt dann nachher noch mit zum Einsatz, um dieses Holz abschließend zu schützen. Mehr ist es nicht. Alles was ihr zusätzlich noch braucht, ist ein Akkuschrauber mit dem passenden Bit. In meinem Fall für diese Schrauben PZ2 hat ganz gut gepasst. Aber kommen wir nun zum Zusammenschrauben. Zum Zusammenbauen gibt es insgesamt ein Einschraubenpack dazu mit drei verschiedenen Größen. Jeweils dreimal 16, sechs Stück, dreieinhalb mal 30, zehn Stück und acht Stück nochmal dreieinhalb mal 40 Millimeter. Die großen Schrauben, die vier Zentimeter Schrauben, die sind dann dafür gedacht, diese Seitenteile zueinander zu bauen. Das geht aus der Anleitung, muss ich sagen, auch relativ gut daraus vor. Da ist dann mit A, B und C das Ganze beschriftet. Und damit möchte ich an der Stelle auch gleich beginnen. Das heißt, wir schrauben jetzt einfach mal die Seitenteile hier zusammen. Letztendlich werden diese Teile einfach nur so aneinander gesteckt und dann von der Seite aus verschraubt. Das Ganze für mich jetzt hier ein bisschen spannend, da ich ja gleichzeitig die Kamera führen muss. Aber ihr seht, das ist an sich relativ robust und stabil. Diese Schraube hier endet dann letztendlich hier in dieser Halterung drunter. Das Ganze einfach kräftig aneinander drücken. Die Höhen sind sehr gut geschraubt. Beim Akkuschrauber achtet darauf, dass ihr das Ganze jetzt nicht mit Gewalt reinhämmert. Ein Vorbohren bietet sich an. Ja, ist aber für diesen Fall gar nicht notwendig, weil das Holz doch relativ weich ist und ich in den ganzen Garagen, also die ich bereits hier zusammengebaut habe, noch kein einziges Mal einen Riss hatte. So, das ist schon die erste Seite. Das Ganze umgedreht. Ihr habt jetzt hier das Holz wieder. Die vorgebohrten Löcher. Die seht ihr jetzt hier. Das wird wieder hier so herangestellt einfach. Dann eben mit den vier Zentimeter Schrauben, die es dazu gibt, einfach in die vorgebohrten Löcher hinein. Das Ganze gut aneinander gedrückt. Das kann man hinten auch ganz gut anfassen, das geht schon. Und die zweite Schraube. Und somit ist der Korpus von der Garage schon fertig. Ihr seht, das hat doch relativ große Dimensionen. Damit ist das Grundgerüst schon fertig. Im nächsten Schritt wird dann schon das Dach zusammengeschraubt. Ich habe mir die beiden Dachflächen jetzt hier schon mal hingelegt. Grundsätzlich gibt es jetzt kein vorne und kein hinten. Worauf ihr aber achten solltet, da drehe ich das Ganze jetzt hier nochmal um. Ihr seht, auf der einen Seite schließt die Dachpappe hier oben bündig an. Und gleichzeitig sind auch diese Kanten hier abgeschrägt. Auf der anderen Seite hingegen steht die Pappe etwas über. Dass das Wasser dann später hier abtropfen kann. Das heißt, da wo die Pappe übersteht, dort ist die Außenkante. Ich lege das Ganze jetzt so zueinander, dass die Innenkanten aneinander stoßen. Und achte dabei darauf, dass dann hier unten und oben die beiden Kanten jeweils zueinander stehen. Das Ziel ist es nun, das Ganze hier in einem 45 Grad Winkel zusammen zu bekommen. Und hier unten, das ist ja meine Vorderseite von hier aus jetzt geblickt, soll das Ganze bündig sein. Ich habe da vorhin schon mal geschaut. Auf der anderen Seite oben habe ich jetzt eine Differenz von ungefähr 2-3 Millimetern. Also die Bretter sind jetzt in der Gesamtheit nicht absolut identisch. Wie gesagt, für 42 Euro möchte ich da jetzt auch nicht meckern. Wichtig ist für mich jetzt einfach, hier ist die Vorderseite und da möchte ich das im Sichtbereich einfach passend haben. Deswegen achte ich hier vorne auf den Anschluss. Gleichzeitig kommt jetzt auch der erste Giebel zum Einsatz. Das sind ja diese Teile. Die haben hinten schon eine Anstoßkante angebracht, sind ebenfalls vorgebohrt. Und diese werden jetzt an diese Anstoßkanten von vorne angebracht. Und der Giebel selber in der Kante steht dann hier oben praktisch bündig. Und hier ist etwas Platz. Ich habe mir das vorne weg einfach schon mal so hingelegt, habe das Ganze hochgelegt, dass das wirklich, man merkt ja dann, wenn das zueinander greift. Und habe mir dann einfach hier drüben schon eine Markierung gesetzt, damit ich dann weiß, wie weit ich diesen Giebel hier setzen muss. Das Ganze schaut dann so aus. Hier wird das Ganze dann mit den 30 mm Schrauben festgemacht. Das ist ja dann die mittlere Größe. Auch hier einfach die Schrauben ansetzen. 1 Immer schön gegen halten. 2 3 Dann wird das Ganze einfach jetzt hier angehoben. Und ich möchte das jetzt vorne einfach hier auch bündig haben. Das macht es jetzt ein bisschen schwieriger, mein Untergrund. Ich mache das hier auf der Terrasse. Das ist natürlich sehr rau. Da klemmt das Ganze ein wenig. So. Und dann merke ich jetzt ein, so tausendprozentig dicht bekomme ich das hier nicht. Weil die Anschlaghölzer, die hier hinter liegen, eben dann doch nicht so perfekt aufeinander abgestimmt sind. Schrauben auf der Seite. Dann hält das Ganze schon. Und noch die zweite. Das Schöne ist, wenn ihr einfach mit dem Daumen richtig rein greift. Das Holz ist so weich, dass das Ganze schon greift. Nun folgt das Ganze noch auf der anderen Seite. Und somit haben wir das Dach an den Gebel geschraubt. Ich drehe das Ganze jetzt mal um. Und dann seht ihr jetzt von oben, so richtig perfekt bündig ist das Ganze nicht. Hier oben ist das Ganze auch noch offen. Und da kommt dann diese Abdeckleiste hier ins Spiel. Die wird dann hier aufgebracht. Und da kommen dann die kleinen Schrauben zum Einsatz. Die 3x16er. Der Bit passt dann auch nicht so richtig komplett. Ich habe jetzt den Korpus wieder hergestellt. Da ist jetzt noch nichts dran gemacht worden. Und für die vordere Stabilisierung gibt es diese Leiste noch mit dazu. Die ist hinten eingefräst. Dass die praktisch direkt hier diese Kante mitnimmt. Und da gibt es jetzt nur eine Sache zu beachten. Das geht aus der Beschreibung jetzt auch nicht sehr deutlich hervor. Weil die Bilder da nicht genau genug sind. Das Ganze so zu drehen, dass die äußeren Schrauben oben sind. Die vorgebohrten Löcher. Das heißt, dass diese Schrauben jetzt hier direkt hier oben in dieses Holz hineingehen. Und die untere Schraube dann in dieses Holz hineingeht. Das Ganze soll ja mit der Kante hier bündig sein. Und wenn das Ganze jetzt andersrum gemacht worden wäre, oder wenn ihr das andersrum anschraubt, dann ist es so, dass das vorgebohrte Loch zwar durchaus hier rein geht. Das passt. Aber wenn ich das Ganze jetzt bündig hier oben habe, dass dieses vorgebohrte Loch auf der Rückseite ganz knapp nur hier drunter ist. Das würde nicht funktionieren. Also achtet darauf, die Löcher, die oberen Löcher eben außen zu haben. Das Ganze hier wird jetzt wieder mit den großen Schrauben festgemacht. Mit den 40er Schrauben. Ihr macht eins. Das Ganze bündig mit der Oberkante. Und ihr seht, ich bohre hier nicht vor. Das Holz ist wirklich sehr, sehr weich. Das hält auch bzw. reißt nicht auf. Bevor ich jetzt die untere Schraube mache, um das Ganze ja an Waage zu bekommen, setze ich die Schraube zunächst auf der anderen Seite. Auch hier kräftig ran drücken. Wieder bündig machen. Dadurch, dass mein Untergrund, meine Terrasse ja hier Waage ist, muss das Ganze ja mehr oder weniger zwangsläufig passen. Okay, dann machen wir jetzt hier unten die gleich rein. Und auch hier unten die rein. Dann ist das Ganze schon relativ stabil. Also ihr fehlt eine diagonale Strebe, um das wirklich dann auszutarieren. Also dass hier wirklich gar nichts passieren könnte. Aber diese Garage wird ja nur einmal hingestellt. Die bleibt dann einfach stehen. Und der Roboter an sich hat ja auch keinen Kontakt mit der Garage, dass hier irgendwas passieren könnte. Das hält dann schon. Wir nähern uns dem Ende des Zusammenbaus. Ich habe jetzt einfach das Dach nochmal hergelegt. Das ist ja vom Prinzip her schon fertig. Aber ich hatte es vorhin schon angesprochen, dass ich hier mit diesem Bitum-Dichtband noch etwas Besonderes vorhabe. Dieses Dichtband an sich, das ist ja wirklich sehr sehr klebrig. Teer oder Bitum, was da hier aufgebracht ist, auf eine kräftige Klebeschicht. Dieses Band werde ich dann über diese Holzleisten zusätzlich noch drüber bringen. Bei diesem Band ist es so, das habe ich jetzt im Discounter für 5 Euro in der 10 Meter Rolle, was das hier ist. 10 x 7,5 ist das Ganze gekauft. Also das ist wirklich sein Geld wert. Und ich beginne jetzt damit einfach diese Seiten hier einfach mal zu überkleben. Und zum Ende hin dann eben nochmal hier oben diese Kante zu überkleben. Wenn ihr das tut, denke ich, ist es für das Holz ganz gut. Weil dann einfach keine Feuchtigkeit mehr, kein Regen von oben drauf kommen kann. Ihr müsst euch halt im Klaren sein, dieses Band wird dann, wenn die Sonne drauf scheint oder wenn es warm wird, wirklich sehr sehr weich. In der extrem Sonneneinstrahlung kann es auch sein, dass es sich verzieht, dass es mitunter dann in den Sichtbereich vielleicht reinhängt. Tropfen tut es nicht, aber es hängt dann rein. Das heißt, wenn ihr jetzt eine Hightech Premium Garage habt, wo entsprechende Optik wichtig ist, ist es vielleicht nicht das Optimale. Aber für die Zwecke, die ich hier habe, reicht es allemal. Zur Verarbeitung ganz simpel. Ich halte mir das von der Länge her einfach jetzt hier dran. Das ein bisschen überstehen lassen, das Ganze kein Problem. Dann mit dem Cuttermesser einfach mal ganz grob hier durchgeschnitten. Und dann ist dieses Band auf der Rückseite mit einem Kleber mit so einem Abziehfolie versehen. Und da solltet ihr jetzt nicht mehr groß drauf rum fassen, das klippt wirklich sehr sehr stark. Und das Ganze wird jetzt hier aufgebracht, reingedrückt. Die Außentemperaturen jetzt hier, während ich das Video drehe, sind knapp unter 10 Grad. Das heißt, das Ganze ist jetzt hier doch sehr sperrig. Ihr merkt auch, wenn ich das hier rein drehe, kommt das hier wieder hoch. Das macht aber nichts. Sobald es warm wird, allein durch das Eigengewicht, wird dieses Bitumband zieht sich hier um die Ecken rum. Verläuft dann auch in diese Pappschicht hinein, dass das Ganze dicht ist. Da braucht ihr keine Angst haben. Das kommt dann, wenn es warm wird, ganz automatisch herum. Dafür ist es jetzt einfach zu kalt. Aber ich mache das trotzdem jetzt schon dran. Da habe ich es einfach fertig. Ich habe die Seiten jetzt so weit schon abgeklebt. Ich habe das Ganze oben auch jeweils auf beiden Seiten großzügig überlappen lassen. Und nun kommen noch die zwei längeren Stücke hier in die Mitte hier aufgetragen. Das Ganze einmal hier knapp überstehen lassen. Und dann kommt eine zweite, die dann hier knapp übersteht. Und dann jeglicher Regen, jegliches Wasser, was von oben kommt. Ich habe ja hier direkt den Poolbereich auch noch dahinter, dass da ab und zu im Sommer dann auch Wasser drüber spritzen könnte. Landet hier oben drauf, perlt dann über diese Fläche ab und kann dann in Ruhe abtropfen. Wie ihr seht, das klebt dann wirklich sehr, sehr gut. Wie gesagt, wenn ihr das im Sommer macht oder die Temperaturen dann einfach höher sind, ist das sehr, sehr weich und sehr geschmeidig. Klebt aber noch extremer, also dann habt ihr die Finger wirklich voll mit diesem Bitumen. Wenn die Temperaturen zu kalt sind und ihr Angst habt, dass das einfach nicht hält, wobei das, seht ihr hier, das hält schon, gibt es eine zweite Möglichkeit, da nachzuhelfen. Wenn die Sonne das nicht macht, dann nehmt einfach einen Bunsenbrenner oder wenn ihr sowas habt oder was ähnliches, einen kleinen Flammenwerfer. Diese Dinger, wo man das Unkraut vernichten kann. Auch hier seht ihr, über die Mitte hinweg. Und dann ist der ganze Bereich hier geschützt. Wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt die Garage, den Korpus schon mal an die Position gestellt, wo er später bleiben wird. Der Rasenroboter steht auch drin. Vom Platz her alles ausreichend. Und nun kommt das Finale, dass ich einfach das Dach aufsetze. Das wird einfach nur aufgelegt. Und drückteraite. Das solved das Fremur. So wie ihr sehen könnt, ist das Dach jetzt aufgebracht. Das wird einfach hier oben in den Kanten in sich fest. Also in sich fest. Das Dach entspricht dem Innenmaß von dem Korpus, das das in sich hier dann drunter hält. Und ihr seht jetzt hier dieses Bitunband. Optisch jetzt nicht das Highlight schlechthin, aber zweckdienlich allemal. Darüber hinaus seht ihr jetzt hier sehr schön die Tropfkante. Also die Pappe hier ist dann doch deutlich länger, dass das Wasser hier abtropfen kann. Dass es eben auch an dem unteren Holz komplett vorbeigeht. Alles was jetzt die Garage selber noch benötigt, ist dann einfach, wenn ihr mögt, die Anbringung dieses Namensschildes. Das wird dann mit zwei Schrauben hier vorne dran gemacht. Ich habe den Roboter jetzt in den Parkmodus geschickt. Das heißt, der hangelt sich jetzt entlang des Steuerkabels. Der war den ganzen Winter eingemottet. Der Akku letztes Jahr übrigens noch komplett voll gewesen um diese Zeit. Diesmal schon auf drei Viertel runter. Also da macht sich dann die Lebensdauer dieses Akkus auch bemerkbar. Aber ich glaube, das sieht gut aus. Yo, gastron. Bis zum nächsten Mal.